die kommt gibt es mir egal wenn es stimmt so muscheln damit und dann haben wir hier noch die bürger ranke also eine bürger ranke ein schwarzen um die anderen sonst kommt nie so dass wir tun erst aber wird und dann mal schauen ob es hier noch was gibt was so ist das denn irgendein Eingang der kein Eingang ist und wo man nicht wirklich reingehen kann aber ich sage ihm doch erst mal zurück und geben dem seine Fässer dann schauen ob wir ob der uns etwas gutes geben kann ein bisschen Zeit habe ich noch also nicht Zeit haben sondern ein bisschen Zeit brauche ich noch einen Weg durch den Dschungel finden circa 15 Minuten und dann habe ich für die nächste Woche aufgenommen so hier hier sind sechs Vorratsfässer das ist ja fantastisch sieht so aus als wäre unsere Versorgung fürs erste gesichert das ist mir ein paar Münzen wert 0 zeig mir deine Wahl auch ich hab nichts gell Papier habe ich und das ist als nix Brandöl kein Mensch Kiraten so haben wir noch was um um rotwein und verkäuflich Bauplan für ein Dinger Kanonenkugel das ist doch das ist nicht dieser legendäre Gegenstand achte kurz Logbuch alle Quests ne noch eine Quests legendäre Gegenstände die Kanonenkugel ja genau ja dann zeigen wir die Ware Verkaufung Speer brauchen wir nicht Fechtschwert brauchen wir nicht Speer brauchen wir nicht Bomben behalten wir mal Sand drauf Sand Salz auch Seelenkette kein Mensch Fluchstein schwarze Magie schwarze Magie besichern Giftring schmutzig Tricks schmutzig Tricks Adelring Ring des Inquisitos können wir ein verkaufen dann können wir den Schafblick nicht das Heldenkrat auch nicht aber Blutvertrauen auch nicht den Goldklee den Pulvermon den schwarzen Oleander die Schädelblüte auch die Würgerranke können wir verkaufen die Muschel auch die Hallesteine nicht Goldbrocken auch Goldzapter nicht gleich bis zurück 2026 Kronen Kuh oder dadurch bekommen auch wieder Ruhm so sechstausch auch Oskap oder wollen wir machen oder doch 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 dann würde ich sagen ihn doch mal in in den Jungen auf die Erkundung vor dem Ende der Welt ja, entfernen dich bin schon auf dem Weg so, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal in die Richtung mal schauen weil man hat nicht irgendwas gesagt von wegen Festdialog und zwar ähm, in den Dschungel, okay, also steht da nix von wegen Norden, Süden, Westen, Osten okay, dann müssen wir wohl einfach so ach du Scheiße, dann schon wieder diese Kassflüche ah, nicht die Hasse komm, stirb, geh drauf so, deinem ersten Heckler so, komm jetzt hier ja, genau wir suchen Homies Corrientes Expeditionstrupp er ist schon ein paar Tage unterwegs fuck ein bisschen so Schädelblüte wobei wir es eigentlich auch Iden sammeln können lassen können, damit auch was zu tun hat, ne so, nicht wollen wir sein da brauchen wir jetzt nicht ein Zusammennand er macht's für uns Blutro zu lieben mit ich ich das sind sie also vorbeigekommen, dann müssen wir das auch schon mal die Homies die vorbeigekommen sind ah, nicht, war mir ach, scheiße wieder ich drücke so ähm, alles die beiden Leger, hier wollten wir noch eins necken Hellkraut so haben wir irgendwas hier war ne Kiste ist verschlossen sind mittlerweile alle verschlossen glaub ich mit irgendwas oder nicht so na gut, dann eher nicht so das würde auch eher mit so versuchen mit Sinn 18 Gold THQ was ein Bauplan für was kannst du unten die Bauplan der Bauplan für ein THQ das ist ein THQ ok so sind sie hier vorbeigekommen sagt er ja sind sie dann hier runter, oder schon was besonderes gefunden? ich habe es noch nicht ich habe es noch nicht ok gut, der kann es aber auch nicht sagen ob die hier langgegangen sind ich fotze den Typen da unten erstmal ach du Scheiße, komm so, der Summit ist für uns und ich nehme den Pulvermol mit so, haben wir noch irgendwas hier den Goldklee natürlich auch Knochen wow und Südwesten da lang ok haha dann werden wir die doch bestimmt gleich finden hoffentlich dann noch ein paar Äffchen, ein paar Süßchen komm, ja der hat aber nicht so viel damage gemacht, der Schuss gerade so so, du sagst es doch ein oder? ja, brav ich dachte schon ich dachte schon hier noch eine Magi-Bär und da kommt ein Hochklettern, oder? ja, das ist ein Hochklettern uah ich muss doch mal wieder speichern, weg mir da rein vielleicht zweimal am besten warum denn nicht? so, dann hier da oben ist ein cooler Pilz der uns irgendetwas bringt und mehr auch nicht nahr in die Kappe nö, mehr ist ja nicht, oder? und da noch irgendwie so ein bisschen rumklettern ja und hier nicht mehr, ne 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 dann gehen wir wieder runter so aber vor oh so huah da geht's auch nicht lang gut dann gehen wir wieder runter so so wo jetzt lang? oh, da ist ein Affe ne so ah ne, das macht ihr ja nichts das war da alles eingesammelt jo, halla brav so, da oben war ein Feuer, habe ich gesehen, ich speichere auch mal und was haben wir da? ein Feuer und mehr nicht Zwischenlager gefunden oh, ein altes Lager von Homies aber sind schon lange wieder weg so 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 man ey läuft noch überall dazwischen rohes Geflügel fünf Proviant erhalten so dann würde ich sagen haben wir hier noch einen Typ und schaffst du die kleine Schreiber zu festen und